So Leute, damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen anderen Video. Und zwar habt ihr heute keine Videos hier auf Let's Play 05, was ja immer noch daran liegt, dass ich noch nicht meinen neuen CPU-Kühler habe, der voraussichtlich morgen kommt und ich dann es wieder richtig aufnehmen und rendern kann. Will ich euch die Langeweile trotzdem etwas vertreiben, weil das heißt ja nicht, dass gar keine Videos von mir gekommen sind, sondern auch auf meinen anderen Channels, die ihr vielleicht noch gar nicht mitbekommen habt. Heute ist zum Beispiel jetzt um 12, ist vorhin gerade, 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 vorhin gerade, GTA 4, der vierte Part ist jetzt Place online gegangen. Wenn ihr es ansehen wollt, hier auf dem Bild irgendwo ist es anklickbar, das Thumbnail, einfach drauf gehen, dann könnt ihr euch das anschauen. Oder ihr geht auf meinem Channel ActionRoute 05, da gab es nämlich auch die Tage, beziehungsweise heute kommen auch noch Videos, ein paar kleine Let's Plays, die euch vielleicht gefallen könnten. Vielleicht seid ihr auch einfach gar nicht drauf gestoßen, weil so viele Views habe ich da noch gar nicht, aber ihr geht ja gar nicht mit Views, sondern dass ich daran Spaß habe. Nämlich läuft da seit Freitag jetzt für Aqua 3, da kommt auch jeden Tag ein Part, heute um 16 Uhr kommt der nächste. Und auch von Crysis 3 habe ich einen Beta-Part, also von der Beta, die jetzt aktuell online ist, habe ich am Freitag einen Part hochgeladen. So wie zwei Primal Carnage Parts, wenn ich weiß, dass Primal Carnage ist, ist ein Multiplayer-Shooter, da geht es aber eher nicht Mensch gegen Mensch, sondern Mensch gegen Lino. Extrem geiles Game, wenn ihr euch Jurassic Park gefällt, gefällt euch das Spiel sicher auch. Einfach mal reinschauen, die Summails sind hier, ihr könnt euch die beiden Parts, die ihr gucken wollt, anklicken, nur damit ihr heute vielleicht nicht so viel Langeweile habt. Und ja, ein bisschen euch die Zeit vertreiben. Der GTA-4-Part, den ich gestern mit Metroid Gamer und Xbox Ace Park aufgenommen habe, wird nicht kommen. Den werden wir nächste Woche nochmal neu aufnehmen, weil der nette Metroid Gamer ein paar Probleme hatte mit seiner Aufnahme. Am Ende waren unsere Stimmen nicht drin und sonstiges, deswegen wird das nochmal wiederholt. Und dann geht es immer richtig los, ich hoffe dann mit weniger Pleiten, Pech und Pannen, weil das ging gestern echt ein bisschen in die Hose, aber das könnt ihr mit Games zumindest live von GTA verdanken. Und ja, ich bin raus, ich wünsche euch viel Spaß mit den Parts, könnt ihr ja mal reinschauen und da ein Like da, das sind richtig cool. Und ich hoffe, ab Dienstag werden dann wieder Parts auf Let's Play Loop hier also kommen. Morgen kommt noch Far Cry und Primal Carnage auf Action Loop. Dann habe ich noch zwei Parts, habt ihr morgen auch noch was zu schauen und ja, Dienstag geht es dann wieder auf Let's Play Loop weiter. So, ich bin raus, ich wünsche euch viel Spaß mit den Videos, bis dann, tschau.